Studierst du in der Schweiz und hast den Wunsch, einen echten Unterschied zu bewirken, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene? Dann bist du hier genau richtig. Wir sind der Verband der Schweizer Studierendenschaften, VSS, UNES, USU. Aber was machen wir genau? Wir sind ein Dachverband von Studierendenorganisationen aus der ganzen Schweiz, die zusammenarbeiten, um deine Rechte zu schützen und deine Bedürfnisse zu vertreten. Wir studieren an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen und eidgenössischen technischen Hochschulen. Vielleicht fragst du dich, wie du dich im VSS engagieren kannst. In unseren Kommission. Hier kannst du dich ohne Vorkenntnisse beteiligen und wirklich etwas bewegen. Die Hopoko ist die hochschulpolitische Kommission des VSS. Sie befasst sich mit bildungspolitischen Themen, die gerade aktuell sind oder es werden sollten. Dabei funktioniert die Hopoko als Think Tank des VSS, indem sie verschiedene Bereiche analysiert, resultierende Probleme erfasst, um dann die studentischen Anliegen und Forderungen auszuformulieren und einzubringen. Wichtige Kontakte hierbei sind diverse Bundesstellen, die politischen Parteien und die Hochschulleitungen. Und du kannst aktiv mitentscheiden, welche Themen angestoßen werden sollen. Bei uns kannst du dich ganz ohne Vorkenntnisse einbringen. Sei es bei Diskussionen in großen Gremien, beim Organisieren von Events oder ganz generell mit Ideen und Wünschen, die dir bei deiner zukünftigen Karriere nützlich sein werden. Engagiere dich jetzt für eine bessere Zukunft an unseren Hochschulen. Kontaktiere uns unverbindlich über info at vss-ünes.ch oder schreib uns auf Social Media an. Wir freuen uns auf dich! 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 Bis zum nächsten Mal.